Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kick-Off zur kleinen Analyse von Bayern gegen Bochum. Sieben Tore gab es, sieben Tore für die Bayern, ein deutliches 7 zu 0 und wir sprechen drüber. Highlights, Spielszenen gibt es hier logischerweise nicht, deswegen steht ja auch Analyse im Titel. Deswegen sprechen wir drüber, eure Meinung natürlich auch gerne in den Kommentaren und wenn euch das Ganze hier gefällt, gerne den Kanal abonnieren, gerne auch einen Like da lassen. Also 7 zu 0 für die Bayern, klingt heftig, klingt ordentlich, aber es ging gar nicht mal so los, dass man dachte, dass es auch so weiter geht oder dass es auch so enden könnte, denn Bochum hat echt gut begonnen. Sie spielten mutig, sie spielten offensiv, die ersten 6, 7, 8 Minuten sahen wirklich spannend aus vom VfL, aber sie haben sich halt danach auch so ein bisschen fallen lassen und dann kamen die Bayern noch zu den ersten Gelegenheiten. Es gab dann halt ausgerechnet auch noch einen Freistoß, der die erste gute Viertelstunde der Bochuma komplett kaputt gemacht hat. Leroy Sané aus guten 25 Metern, wunderbarer Abschluss, perfekt ins Eck. Riemann, der alles gegeben hat, natürlich sieht es so als Skipper bei sieben Gegentoren auch nicht so gut aus, aber er hat trotzdem mit als Einziger teilweise noch ordentlich pariert und auch ordentlich noch verteidigt. In dem Sinne, denen kann man da generell kaum eine Schuld zuweisen. Sprich, Bochum hat gut begonnen, Bayern ging aber auch in Führung und dieses 1 zu 0 kippt halt das komplette Spiel. Danach war Bayern im Flow, sie spielten sich in den Flow, sie kamen immer besser nach vorne. Das 2 zu 0 durch Kimmich nach 27 Minuten war wunderbar vorbereitet von Leroy Sané. Kimmich konnte sich im Strafraum noch einmal komplett drehen und den Ball dann einschieben. Also so kannst du halt gegen Bayern noch nicht verteidigen. Das Problem war da auch einfach, Bochum ließ sich dann immer mehr und mehr zurückfallen. Genau das ist eigentlich das, was du gegen Bayern nicht machen solltest, was aber 90% der Vereine, die nach München kommen, machen und dann stand es 2 zu 0. Das 3 zu 0 ließ nicht lange auf sich warten, da war Bochum mal etwas aufgerückt. Bayern schaltete um über Serge Gnabry, der den Ball noch ins lange Eck schieben musste und dann kurz vor der Pause gab es von Eigentorff und Lampropoulos ein ganz krummes Ding. Er wollte mal irgendwie zurückspielen zu Riemann. Riemann lief aber dem Ball schon entgegen und dadurch Missverständnis. Der Ball kugelt dann ins Tor und somit zur Pause schon ein 4 zu 0 für die Bayern. Die zweite Hälfte brauchte ein bisschen, bis sie in Schwung kam. Logischerweise mussten die Münchner nicht mehr allzu viel machen. Bochum hat auch wenig Lösungen gefunden und dann fiel auf einmal das 5 zu 0. Robert Lewandowski musste den Ball nur noch eine Linie schieben aus guten 80 cm. Also das war natürlich für ihn keine Aufgabe, wenn wir wenige Sekunden später Doppelpack von Joshua Kimmich lief einmal quer durch den Strafraum. Die Flanke dann Richtung Goretzka, der verlängert mit dem Kopf und dann steht Kimmich frei vom Tor, machte das 6 zu 0. Und dann 10 Minuten vor Schluss der Joker Erik Maxim Csukomoting durfte auch nochmal. Also das so ein bisschen zu den Toren. Generell natürlich 7 zu 0 ist eine klare Sprache. Bayern gewinnt vollkommen von Dien zu 100% auch in der Höhe. Es gab ja sogar noch ein 8 zu 0 von Müller, was aber abseits war und somit logischerweise auch nicht gegeben wurde. Aber Bochum hat echt gut begonnen, echt mutig gewonnen. Aber dann, wie es halt leider so viele machen, was eigentlich immer auch das Fatale ist, sich zu schnell, zu früh hinten reindrängen lassen. Bayern einfach ihr Spiel aufziehen lassen und dann hat es gerappelt ohne Ende. Klar, Bochum ist ein ganz anderes Kaliber, aber defensiv war das und auch irgendwann, wenn ich an das Kimmich-Tor denke, ganz, ganz schwach und viel zu billig verteidigt, wäre Riemann nicht gewesen, hätte sicherlich noch ein, zwei, dreimal mehr geklingelt. Eure Meinung zum Spiel gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao und bleibt am Ball. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.